Habt ihr euch eigentlich schon mal überlegt, was passieren würde, wenn Eltern und Kinder ihre Rollen tauschen? Jo Bitch, was geht ab? Kann ich Eis? Papa, bitte, lern mal richtig Deutsch! Das heißt, kann ich ein Eis haben? Spacko! Karl-Heinz, bitte! Setz dich richtig hin! Immer diese Elternhäulen getrage! Papa! Was ist? Hast du morgen wieder ein Konzert vor 20 Leuten? 21! I've got a feeling! Such dir doch mal einen richtigen Job! Ist doch nix hier Musiker! Du brauchst was Sicheres, irgendwas im Büro oder so! Ich hab grad ne schöne Zeile, pass mal auf! Fuck you! Papa, die Schuhe sind aber mega hässlich! Deine Mutter ist hässlich! Papa, ich würde mich gern mal über dieses YouTube informieren. Kannst du mir dazu etwas erklären? Oh, wenn du erfolgreicher YouTuber werden möchtest, dann musst du vor allem auf die Watchtime achten. Die Abo-Box hat auch öfter mal einen Bug. Views und Rankings sind sehr wichtig. Credibility gegenüber der Community. Ja, dass du da richtig real bleibst und nicht aus dem Flow kommst. Hast du gescheckt? Ich guck lieber wieder Fernsehen. Papa! Wie läufst du denn rum? Zieh dir mal die Hose hoch! Papa, ich hab mal ne Frage. Wikipedia! Du, Papa! Hey! Ich bin ja jetzt alt genug, ne? Hättest du nicht mehr Bock, dass wir beide so einen schönen Männerabend machen, nur wir beide zu zweit? Ach nee, Digga! Du bist mir voll peinlich! Ey, Franz! Acht Uhr? Am wilden Eck? Geil! Papa, siehst du aber zu, dass du um elf Uhr wieder zu Hause bist, ne? Geh kacken, Fischface! Und Papa, fahr bitte vorsichtig! Nicht, dass dir was passiert, ja? Nicht, dass du mit dem Auto noch einen Unfall baust oder so! Epic Fail, du Honk! Ich nehm das Longboard! Und ich hab ihm noch gesagt, er soll den Longboard-Kurs beim Ungeln nicht machen! Papa! Guck mal, da liegt er! Da auch! Wir haben es ihm tausendmal gesagt! Ja, aber hat ja nicht hören wollen, ne? Typisch Eltern! So, wollen wir mal Fernseh gucken? Ja, rosamunde Pilcher, ne? Ja! Gut, komm! Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr mit Kalle sehen wollt, dann gebt einen Daumen nach oben! Oder zwei? Genau, und checkt seine Facebook-Seite aus, die ist unten nochmal verlinkt. Wenn es euch gefallen hat, dann müsst ihr euch natürlich unbedingt den zweiten Teil reinziehen bei Chris auf dem Channel! Haben wir doch einen rausgehauen mit dem Kalle zusammen! Ja, genau! Wenn ihr meint, Kalle soll einen YouTube-Kanal machen, dann schreibt mal Kalle for YouTube in die Kommentare! Oder? Ja! Tschüss Kalle! Ja, tschüss! War super! Das hat mich sehr gefreut! Ja, können wir gerne nochmal machen! Gerne! Ja, war mega cool! Also, bis bald, ne? Ja! Tschüss! Bis bald! Tschau! Tschau! Boah! Was war das denn? Ich habe kein Wort verstanden von dem, was ich da geredet habe! So wirklich! Ich bin ein Blitz! So... Vielen Dank.